Hallo und herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Tja, wir werden jetzt wahrscheinlich dem nächsten Boss auf die Nase hauen. Er hat uns nämlich provoziert. Produzier mich nicht. Unsere Waffe haben wir abgegradet. Waren da 170 war unser Schaden, ne? Ich glaub exakt 170. Inwiefern hat sich da das Upgrade bemerkbar gemacht? Boah, joa, joa, 100, äh, 100, äh, 188. Joa, kann man machen. Joa, kann man machen. Es ist eine gigantische Manta-Motte. Mit vielen Röchleinen. Guck mal, wie viele Seelen das hier gibt, Alter. Hier werde ich farmen, glaub mal. Ist auch da unten. 14.000 waren das jetzt mal kurz auf Hand. Oh, ich bin fast tot. Hi. Oh, oh. Geh mir bitte nichts. Geh mir bitte nichts. Das ist riesen Manta-Fetter. Dann mach ich hier Schaden. Ich mach jetzt aber guten Schaden. Ich gar nicht. Warum solltest du das wollen? Guck dir meine Seelen an. In einer Runde Manta kann ich das Vieh wahrscheinlich komplett töten. Ich glaube, es zu töten wäre dumm, wenn ich stattdessen einfach noch an denen farmen kann. Das ist quasi nur töten. Ich muss mich eigentlich nur töten lassen. Dann strecken wir diese Folge. Dann strecken wir diese Folge einfach endlos. Ja, meint. Ich bin tot. Ja, wenn man dieses Ding in den Rücken kriegt, ist das uncool. Ja, hat der Charakter nicht mehr so viel Bock. Aber wie viele Seelen waren das jetzt? 24.000 oder so. Wir sind direkt wieder hier. War das weg. Gehen wir uns schon um. Holen wir erstmal die Seelen. Im Sprint. Die Schießerei kann mir gerade erstmal egal sein. Ich muss mir die Seelen holen. Hier müssen wir eigentlich noch den Gearing anlegen. Ich laufe hier mal kurz hoch. Ja. 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 Da ist der Boss hier kommt. Na Boss, soll ich den mal einfach so ins Gesicht schließen? Das ist ein Damage, an dem ich das viel mache. Der Boss hätte nicht den Hauch einer Chance gegen mich. 40.000 sehen, würde ich mal kurz anmerken. Hey ihr, hallo. Jedes Mal, ne? Erstmal, wenn der von der Hände wiederkommt, tötet er mich, aber wir sind bei 43.000. Kein Problem. Maxi, wir strecken das jetzt über die Folge. Wir lassen uns töten, sammeln unsere Seelen ein, töten wieder alles. Dann gehen wir hier mit, was weiß ich, was wir für Seelen raus. Bis bald? Ja. Muss die Ladezeit nur noch ein bisschen schneller sein? Das wegdrücken, abgeben und losrennen. Meine Seelen, hier sind nicht mal. Das Spiel soll mich jetzt nur nicht verarschen. Okay, da sind sie. Und zwar ist es meine einzige Bitte an das Spiel. Ich soll mich nicht verarschen. Alter, ich seh nix. Ich soll mal ein Stück hoch. Kommt der hier, Süßen. Aber eben ne Schonung casten, kann der nicht schaden. Mal holen, was er vom Himmel rauskommt. Mal holen, was er vom Himmel rauskommt. Das hier hinstellen, passiert uns nichts, oder? Ich muss den jetzt einfach so wegcasten. Ich muss den jetzt einfach so wegcasten. Wenn ich mir so angucke. Ich brauche jetzt die restlichen von euch. Komm mal, ja? Der Boss gleich wieder und tötet mich. Ja, der Boss kommt schon. Dann hab ich noch mitgenommen. Aber ich dachte, der Boss dauert, also braucht noch einen Moment und dann war ja schon hinter mir und dann war es mir wurscht. Dann wollte ich nur noch die Seelen mitnehmen. Mit den beiden Viechern. Oh, cool. 60.000 haben wir schon. Und bei 8 mal 9 Minuten. Wir können rein theoretisch noch 20 Minuten so weitermachen. Wenn ich allerdings sterbe und meine kompletten Seelen verliere, bevor ich sie einsammeln konnte, dann ist mein Rage-Moment real. Besser wäre es, nachdem wir viele getötet haben, dass wir oben sterben. Weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt 60.000 oder so verlieren. Das ist richtig uncool. Ich weiß schon nicht mal mehr, wo ich bin gerade. Egal, Alter, ich klasse euch alle weg, ihr F***er. Warum den Anvisierende da neben mir ist? Der Schuss kommt schon schnell, das ist gut. Das ist für hier gerade echt super. Sollten wir jetzt schon sterben, ne? Wenn den meinetwegen noch weghauen hier. Dann sollten wir uns von dem Boss töten lassen. Nämlich schon mal zum Sterben bereit. Wenn unsere Seen hier liegen, ist das ganz gut. Komm Boss, gib mir. Bitte mich. Bis weiter. Was ist denn los mit dir? Töte mich doch. Schlecht. das kommt schnell wieder und dann nämlich schon wieder du sollst mich töten auch schon ein cooler boss mein gott jetzt töte mich doch hier stehe ich komm guck mal wie lange sein schwanz ist dann trinke ich halt einen schluck wie gehts euch? alles gut bei euch? euch gut soweit? ja die fliegen jetzt echt alle an mir vorbei das wäre ein ding gewesen denn 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 ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Angeschossen zu sein ist gut Wir bleiben angeschossen Wir gehen hier hin Müssen wir eigentlich nur einmal getroffen werden, dann sind wir tot Das schaffst du, Boss, oder? Das schaffst du Du gestorben Eigentlich dürfen wir den Boss gar nicht töten, aber wir haben glaube ich nichts um hier rauszukommen Das ist das Problem Oh Gut, jetzt bin ich ein bisschen eher gestorben Aber das ist eigentlich auch nicht schlecht, das ist glaube ich nur ein Gegner vorher War ruhig zwei, keine Ahnung Aber selbst das tut nichts Eigentlich dürfen wir den Boss nicht töten Wir haben keine Items, womit wir da rauskommen Wo sind die Homeward-Worn-Bones Wo sind die Heimkehr-Knochen Wir haben sowas nicht Wir haben eine Ich benutze eine Nexus zurück Hellsteinscherbe Haben wir einmal Ich bin den Boss also am Leben lassen Ich bin noch ein paar Seelen farben Dann gehen wir Heißt, dass wir dann diese ganzen EP, die wir gerade kriegen, nochmal machen können Wäre schon ziemlich fancy Wenn das nicht hierfür geeignet ist Dann wäre die Frage Wenn nicht hierfür, dann wofür dann? Mensch, wir sind auch hier mal Wir sind auch hier mal So kann es das Anvisieren wieder Absolute Katastrophe Er versiert irgendwelche Gegner an Das weiß ich was, wie weit weg stehen Ne, komm, das ist mir zu doof Den Tod nehme ich nicht Sobald er irgendwelche anvisiert Das weiß ich was, wo rumlaufen Das ist mir zu doof Jetzt habe ich mich mit Absicht treffen lassen Weil der Boss gleich kommt Der Boss? Eine Runde dreht er noch Kann ich vielleicht den noch überzeugen? Jawohl Oh, noch einer Oh, wir haben alle getötet 132.000 Seelen Woher kriege ich Keilsteinscherben? Ich bin tot Oh nein Hallo Ich habe mich übrigens dagegen entschieden Dass wir dann rausporten Wir werden den Boss dann einfach fertig machen Habe ich gerade so beschlossen Wir werden den Boss dann einfach wegrasieren Aber was können Kommt her, meine Süßen Gebt mir all eure Seelen Oh ja Gebt sie mir Ja, ja, ja Gebt mir eure Seelen Ja Ja, ja, ja Oh, ja Oh Gebt mir eure Seelen Was kommt eventuell gleich? Ich glaube schon mal ein Stück Kommt schon Auf 200.000 möchte ich aber schon kommen Also die Zeit nehmen wir uns Ich würde gerne noch ein bisschen Hörstern So 200.000 hätte ich schon gern Auch nicht so hoch gepokert, oder? Ich meine Bei 19 Minuten Wenn wir das noch 10 Minuten machen oder so Dann töten wir den Boss am Ende der Folge Und dann Geben wir noch die Seelen aus Gut, wenn wir die Seelen noch ausgeben Dann Dann probiere ich das mal so zu planen Dass wir nicht allzu lange noch machen Das wird auch ein bisschen dauern So weit weg Das wird auch ein bisschen treffen lassen Wollte ich mich Sehr viel mehr treffen lassen Muss ich mich aber nicht Das kommt hoch 169.000 Guckt euch diese Seelen an Es ist ein Traum Ich habe mir schwer vorgestellt Dass es einen besseren Farming Spot gibt Ich habe echt kaum vorgestellt Dass es einen besseren Farming Spot gibt Als gegen diesen Boss Ich glaube es fast nicht Wenn ich ehrlich bin Ich bin nicht unbedingt die ganze Zeit An einem Boss Seelen fahren Mein an sich Ich habe gerade mal kurz recherchiert Woher man diese Schermen kriegt Ich habe aber nichts gefunden Ähm zu sagen Kein Steinschern Hätte mich interessiert Woher ich die kriege Wann bestimmt irgendwo kaufen Und ich habe nicht aufgepasst Ein paar Mal treffen lassen Ist gut Töten lassen Muss ich mich nicht Ich kann sagen Ich sollte aber nochmal getroffen werden Sodich Optimal Jungsteinscherbe Ist noch so lebendig aus Von dem ersten Bin ich noch gut weggeräumt Die anderen haben mich eiskalt erwischt 189.000 übrigens Wir machen 20.000 pro Try Ich habe hier eine Seite offen Warte Da ist von Seelenfarben die Rede Ähm Wie viel macht man da? Method 4 Firestorm Das wäre auch was für uns Very fast and straightforward way To sweep through the stage Of kill black skeleton In one attack It's not an early game method It's use Firestorm A late game spell With very high MP cost As my face build Can do this only 18 magic Extremely useful In New Game Plus Ba 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 Just outside of the doorway The Skeletten should jump into the attack And die Jump off the cliff On suicide Hm Es steht leider nicht bei Wie viele Seelen diese Methode gibt Das ist Stone Farming Okay Nevermind Das ist äh Nicht so interessant Für uns Oh Soll ich den Boss noch nicht töten? Das gibt so viele Seelen Oh Es ist so schwierig Leute Es ist so schwierig Ein Boss der so viele Seelen gibt Den man so grandios farmen kann Sollte man den töten? Wir werden nie wieder eine Stelle erreichen Wo wir so viele So viele Seelen machen Das kann ich prophezeien Löst du mal bitte Kommt der Boss schon 204.000 Wollen wir den Boss finishen Mal was versuchen Können wir uns wieder hier hinstellen Bereit für den Boss Oh Hi Wer meint Wir sind tot Naja Was soll's 206.000 Seelen haben wir Diesmal habe ich nicht so viele bekommen Von den Mantas Verdammt Ja 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 Aber es macht nichts Wir kriegen Seelen dafür Wir sind bei 26 Minuten Langsam sollten wir ihn legen Wegen Zeit und so Auch wenn ich innerlich Wo sind meine Seelen? Okay Auch wenn ich innerlich Seelen rumtrauere Schön dass er abvisiert Schön dass er schon wieder abvisiert Der Run steht unter schlechten Bedingungen Rot Ja 21.800 Ne 210.000 So Entschuldigung 21.000 wäre ein bisschen wenig Aber jetzt sitzt ich wieder richtig auf dem Stuhl Jetzt wird es kein Problem Ja manchmal ist es halt so ein bisschen ANG wie es läuft mit den Mantas Ne Man hier zu sterben ist vollkommen wurscht Sollen sie mich ja töten Nicht fahren mit dadurch Seelen Es ist okay für mich Probt euch aus Probt euch aus Guys Ich komme 1600 Seelen Profi Und sie sind ein Ziemlich schnell sterbender One-Hit Ja ist sehr gut Noch mal Schonung Carsten Ein altes Gewürz Noch mal pressen Okay der Boss kommt Dann stelle ich mich mal hier hin Wenn ich getroffen werde Bin ich tot Na dann Tschüss Boss Es war eine sehr schöne Zeit mit dir Es hat mir sehr viel Spaß mit dir Es hat mir sehr viele Seelen gegeben Und da stirbt der Dämon Wehe des Sturmkönigs Ich habe keine Seelenfehlen bekommen Doch Damit sind wir bei 287.000 Ne Erzählt noch Aber dann sind wir bei 288.000 zählen Haben wir noch was zu ploppen Kommen wir auf die 300.000 Nein Da liegt noch Loot drin Nicht aufschießen lassen müssen Heiliger Pfeil Für mehrere Augsteine So mehr Loot und alles Ich werde nur mal eben Stürmische Dämonen Seele Zu schwer zum Tragen für dich Dann werde ich mir wieder Mein Ring umrüsten Traglast und so Nein Reiner Wolkenstein Das ist eine Echse Zwei Echsen Ok Monsteinklum Das ist sehr gut Sturmgebieter Das ist eine Melee Waffe Mit der man diese Viecher im Himmel töten kann Also wenn man jetzt Krieger spielen würde Braucht man diese Waffe Um ein Level zu schaffen Weil ihr euch fragt Wie das dann ein Nahkampf erschaffen soll Genau so soll man das schaffen Sagen wir mal um eine Heldenseele 291.000 Bitter Ja na dann Dann haben wir diesen Level fertig Haben jetzt den wohl besten Level Spot hinter uns gelassen Tut weh Tut sehr im Herzen weh Wir könnten jetzt quasi in das Gefängnis Und uns da altes Gewürz ohne Ende kaufen Oder wir leveln vernünftig Gucken aber erstmal ob wir neue Magie lernen können Hi Ihr habt nichts Ich mein erstmal bevor ich Waffen oder sonst was mache Werd ich einfach nur Ne nichts neues Was hast du dazu zu sagen Naja nicht so viel So wir reparieren mal ne Runde Wir sind viel gestorben Beabsichtigt aber das macht ja nichts Wir sind trotzdem gestorben So wir werden ein paar Level Laps machen können So erstmal WID auf 20 Stärke 15 Magie jetzt weiter pushen Wie geplant Auf 40 So wollen wir WID erstmal auf 30 So haben wir über 800 AP Ähm Mana habe ich eigentlich kein Problem mit Ausdauer können wir noch pushen Aber 22, 22 Fingbogen vielleicht Doch zum Leveln So haben wir 18 Stärke Ich muss hier keine Sorgen um mich machen Passt schon auf mich auf So Sturmgebieter kann weg Schwerer Pfeil ablegen Leichter Pfeil ablegen Heiliger Pfeil ablegen Weißer Pfeil ablegen Bolzen ablegen Schwerer Bolzen ablegen Die wiegen immerhin auch was Und wir benutzen sie nicht Genauso gibt es viele Ringe die wir nicht benutzen Werden 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 wir auch nicht benutzen. Ich glaube, die Ringe tun es erstmal. Mehr Augsteinen werden wir nicht benutzen. Das werden wir nicht benutzen. Das werden wir nicht benutzen. Terpentin werden wir nicht benutzen. Bringt immerhin wir mal. Die werden wir auch nicht benutzen. Die werden wir auch nicht benutzen. Die werden wir auch nicht benutzen. Das Teleskop benutzen wir auch nicht. Die Dämonen sehen. Kann man die ablegen? Ich weiß nicht, ob es dann... Wie machst du das? Ich kann nicht vorstellen, was es braucht, einen Dämonen zu schlagen. Wenn ich nur in diesem Kampf helfen könnte. Wenn ich nur... Wenn ich nur... Du willst genug, Kumpel. Mach dir keinen Vorwurf. So, wir haben immer noch 27.000 Seelen und können keinen Level abmachen. Wie viel brauchen wir mittlerweile für einen Level ab? 30.000 ausfühlt so wenig. Können wir mal gucken, ob wir irgendeinen Bogen davon anlegen können. Können wir schon wiedererlangen. 18 Stärke haben wir. Ne, wir haben 16 Stärke, ne? 16 oder 18? 18. 18, okay. Thank you, Howard. Oh? Du bist halt kurz, Bogen. We are in. Oh, dann ist wahrscheinlich meine Traglast zu viel, ne? Wenn ich jetzt noch einen Bogen dazu anleg. No! Oh! Äh, Ausrüstungslast 26,3. Mal zwei Skillpunkte oder so in Dings. Aber es ist jetzt nur für Testen. Na, 912 Pfeile kaufen. Na, komm, das ist reingeschissen. 200 Pfeile kann ich mal holen. Kein Problem. Ja, wir kommen wieder. Kann ich den Bogen upgraden? Ja, kommt es halt kurz, Bogen. Let's pimp my bow. Ich hab halt alles dafür, um den zu pimpen. Immer noch alles dafür, um den zu pimpen. Hier nur Hartsteinscherm, aber wir haben hier fast auf 10. Kein Problem. So, jetzt würde ich gerne mal testen. Geht so nicht, ne? Der Bogen muss in die andere Hand. Then touch the demon inside me. Wir müssen erstmal sterben. Die Folge war doch wieder recht lang. 38 Minuten. Aber wir haben gut gelevelt. Haben jetzt auch ein bisschen was an Stärke. Trinkt uns zwar kaum was. Was man hat, das hat man. 20 Stärke, 20 BW hätte ich ja so oder so ganz gern. Um so ein bisschen hybridiger zu werden. Fat Roll. Die Fat Roll Schuppies nicht vernünftig zu sterben. Den Bogen kurz ablegen. Dann müssen wir den Drachen noch töten. Was wahrscheinlich eine ganze Weile dauern wird. Aber, naja. 5 Minuten läuft der Dia- .... Da tut. Da tut, da tut, da tut, da tut. Da tut da tut. Da tut. Gleich 11 Uhr. Um 12 Uhr muss ich essen. Man guckt auch schon bald die Arbeit. Das ist finde ich nicht cool. So. Wieder tot. Das ist schön. Ich habe den Bogen ja gerade gar nicht ausgerüstet. Ich koste jetzt auch einfach das Schwert ab. Dann bin ich nicht so überladen. Bin ich jetzt Bogen-Only. Ein Bogenspieler. Neue Items oder was? 105 frisches Gewürz. Oh, der hat Kälsteinschermen, aber 5000 ist schon reingeschissen. In das Dufts, in der Katze. Hm, Träger beim Peinosgröße erhöhen. Fine, fine. So, dann probieren wir jetzt mal. Jetzt hier hingehen. Wir testen einfach mal aus. So, hier machen wir dann doch den Silberfokus. Ich würde den gerne upgraden können. Das fände ich super. Wir können uns hier natürlich von ihm noch diese Scherben holen. Oh! Kälsteinscherbe? Naja. Was? Hm. Hm. Findet ja auch unsere Magie, ne? So, und jetzt soll man sich hier hinstellen, hab ich gehört. Echt, die Frage, was schneller geht. Ich kann jetzt hier runterrollen, dann bin ich tot. Dann können wir das weitermachen. Und das tue ich gerade eigentlich für Level-Up, ne? Wieviel brauche ich denn für Level-Up? Weiß nicht mehr. Sterbe ich, wenn ich von hier runterspringe? Weeey. Nicht so richtig. Und ich kriege auch immer Dunkel-Mondsteinscherben. Das ist auch ganz gut. Ich habe gehört, hier irgendwo soll eine Illusionary Wall sein. Da habe ich natürlich kein Schwert ausgerüstet. Zumindest in einem Seelen-Farm-Video. Also nicht Video. Text. Hm. Ah. Ja, moin. Tod habe ich jetzt verdient. Alter, geh raus aus dieser scheiß Ansicht, Mann. Und nochmal 4000 Seelen und Klingsteinscherben. Wenn man ihn tötet, runterspringen, looten, den töten. Geht nicht, ob ich die von hier vielleicht gut töten könnte. Musst du dazu den Bogen mal abrüsten. Den Silber-Fokus ausrüsten. Mich mal heilen. Ich nehme mal Schonung, damit er nicht schief geht. Auf Seelenstrahl. Ich weiß nicht, sie sind einfach zu weit weg, um sie vernünftig zu treffen. Jetzt geht's. Aber es ist halt einfach nicht so geil wie beim Boss. Wir haben jetzt aber wieder 30.000. Das ist ganz schön. Können wir uns von den Pew-Pews hier töten lassen. Aber ich halt auch nervig irgendwie, ne? Das ist ja viel entspannter, wenn man nicht weit laufen muss für seine Seelen. Dann können wir den halt nicht looten. Das wäre dann halt wirklich nur zum Seelenfahren. Wenn wir quasi... Wir töten ihn, rollen dann hinten runter, damit wir nicht zum Nexus zurück müssen. Dann sterben wir zwar. Wir können direkt weitermachen. Ich glaube, wenn ich das jetzt nur einmal mache, können wir leveln. Dann werde ich da jetzt mal kurz runterrollen. Menschlich sind wir ja nicht. So. Schauen wir wieder auf Feuer. Roll dann hier kurz runter. Ui. 45 Minuten. Jetzt geht die Folge doch ein bisschen länger, als wir wollten. Das ist die Frage, worauf wir dann gleich scalen, ne? Gute und schwierige Frage. Unsere Seelen liegen hier vorne? Sehr interessant. Wahrscheinlich da, wo er zuletzt irgendwie gesaved hat. Na ja, dann. Scherber holen wir uns jetzt nicht. Kurz nochmal zurück. Level nochmal und dann sind wir hiermit eigentlich auch soweit durch. Verrückt. Mir fehlt eigentlich nur noch der Sumpf. Und dann dieser eine Boss im ersten Level. Und dann sind wir so ziemlich finito. Würde ich sagen. Dann sind wir so ziemlich finito. Was gehen wir denn? Ambitionen habe ich gesagt, brauche ich noch, ne? Ausrüstungslast 51, 52, ja. Vielleicht nur leider noch nicht. Vielleicht nur leider noch nicht. Er ist immer noch der Meinung, dass ich schwach bin. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Demon's Souls. Bis dahin. Tschüss.